Also, wir sind hier auf Botrum, sind wir schön mit einer Wurztur hingefahren, von Kurs aus, über das kristallblaue Meer. Und zwar hat es ungefähr eine Stunde gedauert. Jetzt sind wir bei der Stadtbesichtigung hier in einem wunderschönen Ampita-Erde. Ja, gleich geht es weiter zum Mittagessen. Und dann natürlich für alle Frauen shoppen, shoppen, shoppen. Ja, was kann man hier noch so machen? Nachtleben in Botrum, wunderschön. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Das Wetter, traumhaft, nicht so heiß, optimal. Das Wetter, traumhaft, nicht so heiß.